Dass die Beerdigung von Bernd Hölzenbein live stattfand, erregte große Aufmerksamkeit und Beteiligung von Millionen Fans auf der ganzen Welt. Sein Tod aufgrund einer schweren Krankheit löste nicht nur in den Herzen seiner Familie und Freunde, sondern in der gesamten Fußballgemeinschaft eine Welle der Trauer und des Bedauerns aus. Wenn wir uns soziale Medien und Nachrichtenberichte ansehen, können wir Bilder emotionaler Beerdigungen sehen, bei denen Tausende von Fans aus aller Welt zusammenkommen, um an einen Helden des Fußballs zu erinnern und ihn zu ehren. Gefühle der Traurigkeit und des Kummers erfüllten die Luft, und die Fans zögerten nicht, über den plötzlichen Tod einer Sportikone zu weinen. Bernd Hölzenbein ist nicht nur ein großartiger Fußballspieler, sondern auch ein Mensch mit wahren Werten. Sein Engagement endet nicht nur auf dem Spielfeld, sondern er streckt sich auch auf das tägliche Leben, und sein Enthusiasmus hat ihn nicht nur in den Herzen der Fans, sondern auch in der Gemeinschaft im Allgemeinen zu einer respektierten Person gemacht. Das Leben und die Karriere von Bernd Hölzenbein sind ein lebendiges Beispiel für Geduld, Hingabe und Liebe zur Arbeit. Die Tatsache, dass er in seiner Fußballkarriere verschiedene Phasen durchlief, von der Bundesliga bis zum MLS-Turnier in den USA, und schließlich zurückkehrte, um seine Karriere in seinem Heimatland zu beenden, ist eine bedeutungsvolle und unvergessliche Reise in die Herzen der Fans. In den Herzen aller ist Bernd Hölzenbein nicht nur ein großartiger Spieler, sondern auch ein Symbol für Geist und Begeisterung im Fußball. Sein Tod ist ein unersetzlicher Verlust und seine Erinnerung wird für immer in den Herzen derer weiterleben, die den Fußball lieben und die Werte respektieren, die er vertrat. Bernd Hölzenbein, eine große Legende, wird immer in Erinnerung bleiben und geehrt. Im Rahmen der live stattfindenden Beerdigung von Bernd Hölzenbein ist dies nicht nur ein Ereignis zur Erinnerung und Ehrung des Lebens eines Fußballhelden, sondern auch ein Anlass für uns alle, uns an den Wert von Solidarität und Menschlichkeit zu erinnern. Die große Beteiligung von Millionen Zuschauern und Fans an der Beerdigung machte deutlich, dass Bernd Hölzenbein nicht nur ein Fußballstar, sondern auch ein Symbol für Solidarität und Begeisterung war. Die Tatsache, dass Fans aus der ganzen Welt kamen, um ihre Trauer und Trauer zu teilen, ist ein klarer Beweis seines Einflusses in der globalen Fußballgemeinschaft. Auch die Szene, in der das Publikum über Bernd Hölzenbeins Tod weint, zeigt die Tiefe der Trauer und Zuneigung, die er verursacht hat. Es ist ein aufrichtiger Ausdruck der Liebe und des Respekts der Fans für ihren Helden, der unauslöschliche Erinnerungen in ihren Herzen geschaffen hat. Das Leben und die Karriere von Bernd Hölzenbein sind eine bedeutungsvolle und tiefgreifende Reise, mit wahren Werten und unerschütterlichem Engagement. Die Tatsache, dass seine Beerdigung live stattfand, ist nicht nur ein Anlass zum Gedenken an einen Fußballhelden, sondern auch eine Gelegenheit für uns, zurückzublicken und Lehren über Solidarität, Begeisterung und den Wert von Respekt im Leben zu ziehen. Bernd Hölzenbein ist tot, aber sein Geist und sein Erbe werden in den Herzen derer, die ihn liebten, und in den Werten, die er vertrat, weiterleben. Lasst uns ihn ehren und ihm gedenken, nicht nur durch Ehrungen, sondern auch durch die weitere Verbreitung der Werte, die er der Welt gebracht hat. Bernd Hölzenbein, eine große Ikone, wird für immer in unseren Herzen leben. In dieser traurigen Zeit dürfen wir Bernd Hölzenbeins Beiträge und Erfolge in seiner Fußballkarriere und seinem Leben nicht vergessen. Vom Feld bis hin zu Management und Trängerfunktionen hat er maßgeblich zur Entwicklung und Verbesserung der Qualität dieses Sports beigetragen. Der Tod von Bernd Hölzenbein ist nicht nur für die Fußballwelt, sondern auch für die Gesellschaft ein Verlust. Er hat nicht nur durch seine heldenhaften Spiele, sondern auch durch seinen Enthusiasmus und seinen Teamgeist tiefe Spuren hinterlassen. Die Werte, die er im Laufe seiner Karriere bewiesen hat, von Geduld bis hin zu Engagement und Loyalität, sind eine Inspiration für uns alle. Gedenken Sie Bernd Hölzenbein in diesen traurigen Tagen nicht nur mit Trauer, sondern auch mit Dankbarkeit und Respekt. Lasst uns weiterhin die Werte verbreiten, die er vertrat, und lasst uns sein Vermächtnis ehren, indem wir unsere Liebe und Leidenschaft für den Fußball weiter pflegen und weiterentwickeln. Bernd Hölzenbein wird immer Teil der Geschichte und des Geistes des Fußballs sein. Obwohl er nicht mehr da ist, werden sein Geist und sein Vermächtnis in den Herzen derer, die den Fußball lieben, und in unseren Bemühungen, die von ihm mitgebrachten Werte zu bewahren und zu verbreiten, weiterleben. Bernd Hölzenbein, eine große Legende, wird in etwa folgendermaßen der Fall. Ich kenne ein an, beispielsweise a4. Jetzt möchte ich a5 haben, also ich möchte haben an plus 1. Wie berechne ich jetzt an plus 1 aus an? Naja, ich weiß, ich muss das vorhergehende Folgendlied nehmen und mal 2 nehmen. Das ist eine rekursive Vorschrift in der Art, dass man sagt, okay, man bestimmt das Folgendlied an plus 1, das nächste, aus dem vorhergehenden, indem man das vorhergehende in diesem Fall jetzt mal 2 nimmt. So. Ganz fertig ist man damit noch nicht, denn man muss auch sagen, wenn man anfängt. Also beispielsweise hier mit a1, das erste Folgendlied, also der Ursprung, das ist einfach die 3, die gibt man an. Und jetzt weiß man, womit man beginnt, womit muss man starten und dann nimmt man immer mal 2 mal 2 mal 2, um auf das entsprechende Folgendlied zu kommen, das einen interessiert. So. Wie wendet man eine solche rekursive Vorschrift nun an? Naja, also rechnen wir es mal am Beispiel durch. Nehmen wir mal das Beispiel, wir wollen a4 bestimmen. Wenn wir a4 bestimmen wollen, dann sagt jetzt hier diese rekursive Definition, a4 ist gleich a3 mal 2. So. Das heißt, um a4 zu bestimmen, brauchen wir erstmal a3. Wie kriegt man a3? a3, schauen wir wieder an die Definition, ist a2 mal 2. Also können wir das doch hier einfach einsetzen. a2 mal 2, das ist das a3. Und dann nochmal mal 2, die 2 von eben. Jetzt brauchen wir a2. Was ist a2? Die Vorschrift sagt uns, a2 ist a1 mal 2. Also können wir hinschreiben, a1 mal 2. Und dann müssen wir die alten 2 ja noch mitnehmen. a2 ist a1 mal 2 und dann nochmal 2 mal 2. Was ist a1? Wenn wir jetzt hier in die rekursive Vorschrift schauen, dürfen wir nicht mehr diesen Teil anwenden, sondern diesen Teil hier, a1, das ist ja gleich 3. Damit haben wir das erste Folgendlied festgelegt. Hier unten jedes weitere. Also bei a1 nehmen wir den ersten Teil der Definition und das ist die 3. Da schreiben wir einfach hin. 3 mal 2 mal 2 mal 2 mal 2. Ja und das ist 24. Gut, jetzt kann man durch Rekursion jedes beliebige Folgendlied berechnen, indem man...